Doppelmaschiner! Herzlich Willkommen heute Abend bei Top Tier Takeover präsentiert Alpha Royale. Wir haben auf jeden Fall geile Battle of Honors heute Abend gehabt und hatten eine Qualifikation, haben das Teilnehmerfeld zusammengestellt fürs heutige Freestyle Battle Turnier. Es geht um 200 Euro in Bar, es geht um einen 200 Euro Gutschef und Defshop und es geht um Ehre, Ruhm, Rap und Hip-Hop. Kann ich mal ein bisschen Lärm hören dafür, Dortmund? Und ich will auch gleich den Lärm eures Lebens hören bei jedem MC, den ich auf die Bühne rufe, denn ihr motiviert die Rapper damit. Wenn ihr Gas gebt, geben sie Gas und dann haben wir alle zusammen Spaß. Sind wir uns da einig, Dortmund? Und natürlich bitte nochmal einen riesen Applaus für unsere Special Guests heute Abend. Jigsaw und Kollegah! Als erster Teilnehmer, er hat sich durchgesetzt in der Qualifikation. Bitte mal einen riesen Applaus für Phil Irwin! So funktioniert das nicht, Dortmund. Guckt mal, egal ob die Rapper unbekannt sind oder bekannt sind, ihr tragt dazu bei, wenn ihr Applaus gebt, dass die Jungs hier eine geile Leistung abliefern. Das ist so. Das ist wie im Stadion. Wenn alle die Klappe hätten, dann lämpt man auch mal langsamer. Also bitte, nochmal Applaus für Phil Irwin! So funktioniert das. Ein junger Herr, er hat sich bei Tierstar angekündigt. Ich bin sehr gespannt, was er uns zu zeigen hat. Bitte einmal Applaus für Akzent Dortmund! Sag mal, das kann ich kaum lesen. Sag mal. Okay. Bitte einmal Applaus für den dritten Teilnehmer heute Abend, Daddy K! Und bitte auch mein Mikrofon auf dem Monitor, lauter. Ich bin wirklich schon am Schreien und höre mich selber kaum. So, der vierte Teilnehmer heute Abend, ein bekanntes Gesicht aus dem ehemaligen Rapper Mittwoch und auch aktuellen Top-Tier-Take-Over-Umfeld. Bitte einmal Applaus für Tysos! So, nun kommen wir zu den nächsten vier Teilnehmern. Das ist ein junger Herr, den habe ich noch nicht gesehen. Er wurde empfohlen. Ich sage jetzt mal nicht von wem. Wir sind gespannt, was er uns zu zeigen hat. Bitte einmal Applaus für Fratello! So, drei MCs habe ich hier noch. Ich würde mal sagen, die Namen kennt ihr. Mit wem fange ich an? Fratello! Bitte einmal Applaus für Muro! So, der nächste junge Mann. Ich weiß, dass er Freestyle kann. Ich weiß auch, dass er A Cappella rappen kann. Heute geht es um Freestyle. Bitte einen Riesenapplaus für Kato! Ja, und der letzte Junge her. Ich kann es euch verraten. Er ist der aktuelle Champion. Ich habe letztens auch ein Match gegen ihn bestritten. Er ist immer, immer heiß zu Freestylen. Gestern Abend in Hamburg den Titelgold. Titelverteidiger Drop-Dynamic! Bevor wir mit der Ziehung des ersten Matches anfangen, ich erkläre euch nochmal die Regeln. Es wird nur gefreestylt. In der ersten Runde, im Viertelfinale, zwei Minuten, vier Takte Schlagabtausch. In Halbfinale, drei Minuten und im Finale vier Minuten. So, die junge Dame. Bitte aus jeder Box einen. Zieh schon mal. Und dann machst du die nacheinander auf. Okay. Bitte einen Applaus für Phil Urban gegen Muro! So. Phil Urban. Mike Nummer eins. Muro Nummer zwei. Ach, guck mal. Danke nochmal an den Geldwerfer. Ich brauche ja noch eine Münze zum Werfen. Also zum Hochwerfen, ja? Nicht irgendwie auf Rapper werfen oder so. Da sind wir uns einig, Torbund, oder? Hier wird nichts auf Leute auf der Bühne geschmissen, oder was? Sind wir uns einig, Torbund, oder was? Sehr nice. Also, als erster wurde Phil Urban gezogen. Was sagst du? Kopf oder Zahl? Kopf sagst du. Ich will erst alle Hände sehen, bevor der Beat losgeht in diesem ersten Battle. Alle Hände hoch und hört genau zu, denn ihr entscheidet. DJ Pete, let's go! Alle Hände hoch, Torbund, alle! Auch hinten an der Bar, alle! Die Säufer, los! In der Vorrunde, heute gegen Muros. Guck mich an, du scheiß Jugo Betrogo. Ja genau, hier stehe ich. Und ich battle dich, ey, du bist so eklig. Jugo Betrogo, ja genau, ich bin der Muro Pro. Und wer bist du? Du Gottverdombter Hurensohn. Ach du scheiße, Mann, ich fick dich, jetzt kannst du bist hässlich. Dein Bad-Buddy, der ist orange. Yo, ich hab einen Orangen im Bart, aber deine Mutter, ja, Mann, sie feiert ihn hart. Der Mann, der da kitzelt beim Lecken. Fehlst du dem Urban, ich muss mich nicht verstecken. Ey, und meine Mutter feuert auf jeden Fall deinen Bart nicht. Denn, Brudy, du bist wirklich wie ein männlicher Arsch, weeeey. Die Fresse, Murho, jetzt am Start. Ey, Murho, ich hab jetzt am besten dir die Fettsackpart. Was geht ab, Mann, ich fick dich. Mach es mal richtig, weil du ne kleine Bitch bist. Ist mir scheißegal, du kannst mir jeden holen. Meine Träge noch, die D-Sombrot. Ist mir sowas von egal, wenn ich jetzt komm und dem Typ gleiche klatsche. Ey, du bist so chemilin, genau wie deine Seitentasche. Ey, Murho, einmal mal. Es ist, Murho, was du sagst, ist mir sowas von egal. B, zu dem Urban, ja, ich spitze perfekt. In dieser Tasche hab ich seine Ehre versteckt. Yo, ja, ich setze mir ein Denkmal. Was geht ab, du bist ein kleiner Banker. Ist mir sowas ganz egal, ich hab es nicht gecheckt. In dieser Tasche hast du gerade meine Ehre versteckt. Ich komm darauf nicht klar, denn du bist kein Gegner mehr. Ehre versteckt, das ist mir viel zu imaginär. Yo, er ist immer noch eklig. Ehre hier drin, denn es ist wirklich wenig. Haha, ey, du Opfer bist so ehrenlos. Nach dem Battle bist du ganz schnell deine Ehre los. Egal, was du sagst, Bruder, komm und jetzt sagst du, Bitch. Wie, nicht irre, aber für dich reicht es, Bitch. Dafür brauch ich nicht viel, denn M-U-R-O, mit dem muss ich nur noch spielen. Was geht ab, ich stecke dich jetzt in die Tasche. Ob es reicht, ist ja wohl noch Ansichtssache. Lassen wir die Cloud entscheiden. Werde dich zerteilen, werde dich zerreißen, muss hier nichts mehr beweisen. M-U-R-O, ich stecke seine Mutter in den Bankers. Scheiß sie in seine Tasche, als wäre es eine Pampers. Jürgen, was geht jetzt, ihr Arme? Nee, Dom, und was geht ab, ich will ja alle eure Arme sehen. Ja, mein Deaths-Lutscher bei der Cloud. Haltet die Fresse, warum seid ihr laut? Hinter diesem großen Geschrei, steckt nicht viel hinter seine Karriere vorbei. Es ist nur immer Motherfucker, Mann, du bist hier eh kein Co-Tainer. Hol die Kette raus, als wäre das Ohne-Mann von Kollegah. Du hast hier gar keine Chance, Bro. Halt mal deine Fresse und geh lieber auf Distanz, Bro. Vorbei, macht mal Applaus für das erste Battle, bitte. Jungs, gebt euch Respekt. Ganz wichtige Sache, ganz wichtige Sache, Dortmund. Jeder muss sich für einen MC entscheiden. Es gibt bitte keine Stimmenenthaltung. Jeder entscheidet sich und es geht mit Lärm und Händen. Phil Irben hat angefangen. Wir brauchen nicht im Publikum. Wenn ihr dafür seid, dass Phil Irben besser war in diesem Match, dann jetzt bitte Lärm und Hände für Phil Irben. Wenn ihr dafür seid, dass Muro sich durchgesetzt hat, dann jetzt bitte Lärm und Hände für Muro Dortmund. Herzlich willkommen im Halbfinale. Ja, nun stehe ich hier nur mit einem MC, denn Muro musste schon los und er traf auf Phil Irben und hat sich auch durchgesetzt. Du hast dich durchgesetzt in der Qualifikation, hattest dir heute auch schon Battle of Honor und hattest aber auch immer noch Bock zu Freestylen. Dann bist du auf Muro getroffen, der wahrlich kein schlechter Freestyle-MC ist. Wie war es für dich heute auf der Bühne? Ich sage mal so, der Abend für mich hat sich heute voll und ganz gelohnt. Ich glaube, das Battle of Honor mit Rolling G, das hat, glaube ich, ganz gut eingeschlagen. Da hatte ich Freestyle-mäßig einen ziemlich guten Tag. Und ich sage mal so, gegen einen Muro rauszufliegen, ist das keine große Schande. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, das nächste Mal in Düsseldorf. Nächstes Jahr auf jeden Fall in meiner Home-City Essen. Und dann gucken wir mal, wie weit ich das nächste Mal komme. Aber auf jeden Fall geil, mal in diesem Battle Tournee bei gewesen zu sein. Hat Spaß gemacht. Das heißt, wir sehen dich wieder. Muro sehen wir im Halbfinale. Und ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen.